ja die jungen die jungen und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Battlefront letztes Mal ja in Fracht um mit da haben Prozent dann da haben wo war fett rasiert und ja heute das ganze genau in der gleichen App Star Wars Pipelines im Autorim ähm bloß diesmal mit den Rebellon und ja ernsthaft Start so ich hier kommt direkt schon mal jemand der hat aber nichts passiert schade der Typ da oben nervt rum wir warten bis er kommt aha jetzt wird's kritisch okay ich bin grad verwirrt ich war noch nicht Rebellant oder Rebell okay der war gut aber nicht gut genug die Dummy ist der Typ was der hackt er hackt er hackt er oder wäre ich jetzt echt nur zu dumm es sah so aus als würde er hacken so sah es ernsthaft aus der Typ kassiert ja immer aber irgendwie kriegt er dann nie was ab ja wo 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 ich seh grad keine lächerlichen Sturmtruppen aber ich bin jetzt auch grad nicht so Boss weil ich einfach total verwirrt bin von dieser Szene gerade ich seh einfach grad keine Gegner da ich mein auf die Gegner zu laufen ist irre aber naja ist hier jemand ne da hinten ach komm nervt nicht rum ah Mist yo Razor Blader Freak oh geil jetzt läuft's hoffentlich komm rück doch vor alberne Truller es lohnt sich doch gar nicht hier Glück gehabt wie Glück gehabt ey was kann doch nicht wahr sein oh ich Dioxys wer nervt hier rum da oben und direkt vor meinem doch einer und oh man ich wollte einen naschen komm hier muss doch jetzt jemand kommen ja 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 kann ich das ach ne ich bin ja dumm so jetzt ich will jetzt mal wieder einen holen es läuft im Moment nicht so wie ich das wollte aber das geht alles noch klar so wo ist der nächste wo ist der nächste da da ist der nächste oh die 828C die haut rein die haut rein definitiv also sobald hier jetzt jemand runterkommt kann er sich wie erneut von seinem Gedächtnis verabschieden denn amni amnesia sag ich dazu nur und hier auch amnesia amnesie scheiße ja keine Chance irgendwann bin ich dann down aber ich bin direkt 1 da ist er ja der gute alte den er gerade eben genascht hat da ist er kritischer kill assist ich rücke wieder vor scheiße das hasse ich wenn ich geblendet bin bin ich richtig schlecht also auf jeden Fall die Oxys gegen mich die Oxys ist nicht so gut aber das gegen mich einsetzen auf jeden Fall ja ja bro raste nicht aus ist alles gut wo sind sie hier müssen sie sein glaubst du er kann mich damit naschen das wäre zu leicht das wäre zu leicht Boba Fett ist in der Zone Boba Fett ist in der Zone oh scheiße jetzt wird's kritisch und Leia hat zwar noch HP aber naja das ist noch nicht mal Boba Fett auch wenn er echt keine HP mehr hat der was zwei Helden jetzt haben wir doch verschissen oder nicht jetzt müssen wir verschissen haben ach du scheiße Palpatines Palpatines ja keine Chance wenn er auch noch Palpatines kommt was hab ich denn da für ne Chance ja es sind zwei Helden wir haben einen Helden jetzt brauchen wir was jetzt brauchen wir was um noch was zu aber jetzt wenn der Imperator jetzt einmal Kettenblitz macht haben wir verloren Boba ich hör Boba oh was ihr habt ihn genascht Bros das ist broig tja das hat dir wohl nichts gebracht Bro was oh Mann ja 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 Evakuierungspunkt wenn wir es bis dahin haben haben wir alles geknackt so scheint es aber es gibt ein Problem hier Jo Imperator Blitze 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 komm trau dich raus verdammter Camper Jo der Imperator nascht mich nicht weg ja 21,5 der muss ist nicht hell dann ist er ziemlich bausig aber ich kack da jetzt drauf ich bin selber gut genug Dioxys kein Dioxys mehr ich glaube ich probiere es mal durch eine andere Front denn hier ist nur er am werkeln und zwar der gute Altenpatator wo der jetzt leider das den Weg hinaus gefunden hat der gute alte Imperator ist down er wollte sich wahrscheinlich gerade healen healen und dann hat er es nicht mehr geknackt ja das sehe ich auch Bro okay das war Glück ich hätte auch genau vor ihn fallen können und er hätte mich naschen können aber okay kratzt mich nicht juckt mich nicht wo bist du ich sehe dich nicht das hasse ich sowas hasse ich immer sowas kann ich nicht ab wo ist dieser Viper Droide ich sehe ihn nicht ich kann ihn nicht sehen ich kann ihn nicht sehen okay das war weniger gut hier komm das war es für dich was nein hier war doch gerade noch jemand okay ich muss mir irgendwann mal Körperschildladung holen aber das kriege ich schon ohne Probleme hin denn die kosten ja nix muss man ja sagen die kosten einfach nix so wer nervt hier rum du komm komm raus oder traust du dich nicht passi jetzt bin ich zu dumm den zu holen ich bin wie dumm ich bin ich war zu dumm den zu holen der hätte mich zehnmal wegholen müssen eigentlich wo ist er 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 so ich guck mal ob hier noch jemand kommt okay die scheinen eher von vorne zu kommen ist okay kratzt mich nicht hier hier könnte ja jemand sein hier könnte ich ja was anstellen ey lächerlich jetzt bin ich zu dumm den zu holen hol doch diesen Droiden weg wo ist dieser nerviger Droide der Transport setzt fest wir müssen ihn wieder in Bewegung setzen ja okay geil auch Peebills scheiße gegen die Oxys kann ich nichts machen wenn man auf dem Vielleicht traf sich doch jemanden, wenn ich diese Autoführzeuge schaffe. Hier war doch immer so. Ach, hier ist das. So weit waren wir schon vorne. DMQ-Way. Ja, komm, da kann ich nichts mehr machen. Da hätte ich Klappeschild ausfahren müssen eigentlich. Ich habe ja nicht die Chance gehabt. Ja, ich bin noch kaum das Katzen. Sinnlos. Ich kann mit der Waffe nichts tun. Wirklich? Ist er hier? Sehe ich gar nicht. Der Feind ist hier! Ich, der Feind hört mit! Oh, ja! Oh, 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 oh! Und komm, wir... Aber es ist jetzt im Moment auch... Wir sind fast da, aber... Noch haben wir es nicht geschafft. Okay, wir haben es geschafft. Okay, dann bedanke ich mich für's Zusehen. Der andere hätte hell sein können, egal wie man ihn findet. Und ich sage, bis zum nächsten Mal, bros! Bis dann, Leute! Ciao!